Unsere heutigen Tagesthemen werden nach den Kurznachrichten sein. Wolfgang Wodag, Schweden, Christian Felber, natürlich auch die Demo in den Kurznachrichten und so weiter. Ja, das sind unsere Tagesthemen und unser Tagesbild. Drücken wir erst mal richtig in die Mitte, ich glaube, so haben sie es ganz gut im Blick. Und jetzt die Kurznachrichten, dann legen wir mal los. Also, ja, zur Demo kann man sagen, Diktatoren von links und rechts wühlen und Scharren mit den Hufen. Ja, wir haben ganz eindeutig, wenn ich das verfolge, was wir die letzten Monate überhaupt so haben, auch im Internetfernsehen, aber auch draußen und so weiter, ist ganz eindeutig. Wir haben Linksextremisten, die mal wieder Diktatoren werden wollen. Die haben natürlich irgendeine, irgendwelche Irrtümer, mit denen sie sich einreden, dass sie selbstverständlich keine Diktatur wollen, auch bei den Rechten mag es sein, dass sie sich irgendwelche Irrtümer in Irrtümern befinden, aber deren beide Denkansätze anlanden also sozusagen am Ende wahrscheinlich, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wieder bei Diktaturen. Also, das heißt, wir werden wieder dann sowas, entweder Stalin kriegen oder wieder einen Hitler kriegen. Und deswegen müssen wir da wirklich sehr vorsichtig sein, aber wir müssen deren Argumente ständig entkräften. Wir müssen gute Argumente für die bessere Gesellschaft haben. Leider kommt allerdings von diesen zukünftigen Diktatoren ja praktisch immer, fast immer nur Beleidigung und sonst nichts als einziges Mittel, ihr einziges Pseudo-Argument, ne? Ja. Ein Gutes hat die Demo. Gerade die Tatsache, gerade dass die Tatsache unseren, dass die Demo unseren Empfehlungen nicht gefolgt ist, nämlich drei Meter Abstand zwischen jeder Person und sozusagen total deutliches Ausladen aller Extremisten von links und rechts und Ankündigung, wir schreien euch raus aus der Demo, wenn ihr euch trotzdem versucht reinzudrängen in die Demo, ja? und das dann auch tun, ja? Und nicht nur reden, sondern dann hätte man das verhindern können, dass jetzt total der Mainstream sich darauf eingeschossen hat, das wäre eine Demo der Rechten gewesen. Also die wenigen Extremisten, die macht man jetzt dazu, dass das angeblich die ganze riesige Demo gewesen sei, man verleugnet all die Andersdenkenden, die Mitte der Gesellschaft, die bei der Demo war, ist völlig weggerückt, man sieht nur und blickt nur auf die Rechtsextremisten und damit, ja, aber wie gesagt, das sollte man bei der nächsten Demo anders machen und da sollte man, sollte die Leute, die Veranstalter auf die Next Scientist for Future hören, so geht das nicht. Das war jetzt ein Schuss in den Ofen, könnte man sagen, oder nach hinten losgegangen. So, dann haben wir Kennedy, ja, Kennedy sagt was ganz Richtiges. Übrigens, das Interview von RT Deutsch mit dem Neffen von Kennedy ist ja in den Playlists und Kennedy sagt in dem Interview auch was ganz Tolles und zwar am Ende der dritten Playlist bei News & Talks. Falls Sie es auf einem anderen Sender sehen, müssen Sie zum Sender News & Talks. Und zwar, der deutet so an, dass Bill Gates eigentlich so eine Art Technikverliebtheit hätte, hat es ja naheliegend, wenn man ständig mit Computern zu tun hat und so weiter und denkt man, Menschen bräuchten eben Impftechniken, Gentechniken, vielleicht sogar Cyborg-Techniken, um richtig gut leben zu können. Ja, dem gegenüber steht aber unsere naturwissenschaftliche Betrachtung und wir empfehlen eher genau das Gegenteil, all diese Spielereien völlig zu vergessen und einfach zu versuchen, mit unseren jetzigen Genen in Einklang zu leben und unsere Umwelt so weit zu renaturieren, dass wir uns wohlfühlen können und glücklich daran sind und unseren Lebensstil so weit zu renaturieren, dass er sozusagen zu unserem Genbestand passt. jetzt da irgendwie in die Evolution einzugreifen, in die Genbestände auch von Menschen einzugreifen, also das ist so riskant und so wackelig und es ist so unklar, also ob fast jedes Geschehen sozusagen körperlich oder sonst wie ist mit so vielen verschiedenen Genen gesteuert, dass also ich jedenfalls nicht erkennen kann, dass wir wirklich da irgendetwas Positives erreichen könnten. Ja, im Moment steht immer noch einfach, dass wir den Menschen erlauben, das zu leben, was sie genetisch bedingt glücklich macht. und mit allem anderen sollte man noch sehr vorsichtig sein, ob das jemals irgendwie etwas wird, ja, also sozusagen Gentechnik zum Beispiel am Menschen oder so, das steht in den Sternen, da kann man ja mal später drüber nachdenken. Ja, und Kennedy sagt, deutet auch irgendwie an, ja, und sagt das auch richtig, was wir ja auch immer sagen, sobald sie Pharma-Werbung und Medizin-Werbung in einem Medium haben, dann gehört es eben Pharma- und Medizinindustrie. Es muss nicht so direkt sein, dass die Journalisten dann sofort vom Chefredakteur die Order bekommen, was Brot, ich esse das Lied, wir singen, ja, sozusagen, sondern das reicht ja, dass sich in den letzten Jahrhunderten in der Evolution genau diejenigen Journalisten, die sowieso von vornherein der gleichen Meinung waren wie die Pharma- und Medizinindustrie, dass die eben immer die größeren Karrieren gemacht haben als die Kritiker. Und das reicht auch. Aber er sagt das natürlich sehr hart. Ja, wie gesagt, das Interview mit ihm ist am Ende der Playlist 3 auf dem Sender News & Talks, falls Sie auf einem anderen Sender gerade sind. Die Fehler der Veranstalter führen zu zur vermuteten Darstellung der Demo, ja, denn, ja, wenn man solche Fehler macht bei der Veranstaltungsplanung, dann ist es ganz klar, dass sich die, dass die, der Mainstream die Vorlage gerne annimmt und sagt, ja, das war eine Demo der Rechtsextremisten in Deutschland, ja, und das ist das Problem gemacht. Und da kommen dann solche Sätze wie, ja, die haben sich ja mit den Nazis gemein gemacht. Alle, die da mitgelaufen sind, haben sich mit den Nazis gemein gemacht, ja, und dann wird so gesagt, die Bewegung habe endgültig ihre Unschuld verloren. Ja, das sind die Fehler, die gemacht wurden, das haben wir ja gesagt, auch in mehreren Sendungen vorher schon gesagt, dass es nicht angeht, die Abstände nicht einzuhalten, ja, aber jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und jetzt haben sie die Abstände nicht eingehalten, jetzt können wir das als klein Weißrussland verstehen, jetzt können wir, genauso wie wir in Weißrussland und in Schweden fragen, warum sind dort nicht die befürchteten 120.000 Toten, die da jetzt rumliegen, sondern nur in Weißrussland 600 und in Schweden 5.700 und so weiter, warum sind da so riesige Diskrepanzen und warum jetzt, jetzt wird die Frage sein, warum kommt es jetzt nach der Inkubationszeit sozusagen dann in Deutschland nicht zu einem drastischen Anstieg, wenn 40.000 Menschen sich ja jetzt gegenseitig infiziert haben, müssten und diese Infektion ja in die Bevölkerung getragen haben, das müsste doch eine Beule geben, eine Anstiegsbeule geben, allerdings nicht, darf man dann natürlich nicht wieder drauf reinfallen, wenn dann genau nach der Inkubationszeit einfach die Zahl der Tests erhöht wird, dann kriegt man natürlich immer eine Beule, oder wenn man zum Beispiel bei den Tests dann eben überwiegend ältere Teste, dann kriegt man natürlich immer eine Beule, auch bei den Todesfällen, sondern man muss ja eigentlich bei jedem Test dazu sagen, zu welcher Altersgruppe er gehört, ob Vorerkrankungen im Spiel sind und so weiter, das wäre, dann kann man, nur dann kann man Tests ja miteinander vergleichen, aber gut, trotzdem, wir haben also jetzt sozusagen dieses Experiment, das waren auch alle Leute auf der Demo, die ja keine Angst vor Corona haben, also wir haben einen angstfreien Zustand, wir haben also quasi einen weißrussischen Zustand, wo die Leute auch kaum Angst vor Corona haben und das Virus völlige Ausbreitungsmöglichkeiten gehabt hat, völlig freie und ja, und es ist nichts passiert in Weißrussland und wenn jetzt nach der Demo auch wieder nichts passiert, haben wir noch mal einen Hinweis darauf, dass wir es mit einer gewaltigen Gefährlichkeitsüberschätzung zu tun haben. So, dann haben wir die Tagesthemen und da widmen wir uns also noch mal der Aussage. Noch mal daran erinnern, die Sendung Termin 12, wenn Sie googeln Termin 12 beim Corona-Ausschuss, müssten Sie es also schnell finden, Schluck Wasser, ab eine Stunde 47.22, ja, das Gespräch mit Dr. Wolfgang Wodak, mit einem linken SPDler und mit den Next Scientists for Future, die, wenn man sie überhaupt unerlaubterweise irgendwie einordnen kann, als Grüne und SPDler einordnen kann, dann sozusagen muss man da den Fokus setzen. Die Mitte der Gesellschaft, die ist das, die sozusagen letztendlich sozusagen das Corona-Problem lösen kann und auch die Ursachen-Probleme beheben kann. Schweden habe ich ja eben schon genannt. Ja, und bei Fridays for Future, da ist halt die Frage, ob Sie weiter den Kurs gehen wollen, vielleicht mit irgendwelchen Baggerbesetzungen unsere Volkswirtschaft noch weiter zu schädigen und zu schwächen oder ob Sie den Weg der Next Scientists for Future in einer Kooperation mitgehen wollen, nämlich erst mal ein Wirtschaftswunder erzeugen in Deutschland und aus dem Wirtschaftswunder heraus beginnen dann die Next Scientists for Future als Dankeschön für Fridays for Future und das bringen in die große Öffentlichkeit sozusagen als Dankeschön erhält Fridays for Future dass die Next Scientists for Future quasi damit beginnen die ganze Welt CO2 neutral zu machen ja und aber eben ohne die Kooperation mit den richtigen Leuten werden diese jungen Leute immer nur unsere Volkswirtschaft noch weiter schädigen und nichts erreichen weil sie überhaupt kein richtiges Konzept haben ja und bei der Gemeinwohlökonomie und bei Markus Krall haben wir das gleiche Problem beide erkennen nicht die Gefährlichkeit die wahnsinnige Gefährlichkeit von freiem Markt und freier Arbeitsteilung ja sozusagen die Gemeinwohlökonomie ist da noch am wenigsten weit liegt noch am wenigsten neben der Realität und Markus Krall ist das andere Extrem der also den freien Markt gewaltig unterschätzt also nur ganz kurz wieder ein einziger kleiner Beweis dafür wir haben es also hier ganz kleiner Beweis wieder weil es heute ja auch wieder um die Gefährlichkeits Überschätzung ging bei Corona hier haben wir den ersten Früharzt der lebt in der Wahrheit und irrt sich gar nicht und dann kommt nach dem Naturgesetz von Mutation der erste sich irrende Früharzt und der sagt nein ihr könnt auch ihr braucht keinen natürlichen Lebensstil zu leben das spielt keine Rolle ihr könnt euch auch völlig denaturiert ernähren mit dem modernen denaturierten Ernährungsstil das macht nichts das das entscheidet nicht krank werdet ihr durch so winzige Dinge die man später Viren und so weiter nennen wird und die sind total gefährlich das sind die absoluten Killer und deswegen müsst ihr bei mir viel kaufen damit ich euch gesund halte denn an der Nahrung liegt es nicht und an dem denaturierten Lebensstil liegt es auch nicht es liegt immer nur an diesen Killer Viren die sind allmächtig und dadurch kann er unheimlich viel von seinen Produkten verkaufen Impfungen später und so weiter Tests und kann hier zwei Kinder drei Enkel zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Trosten Wieler und Lauterbach die selbstverständlich dann auch in ihrem Studium diesen sich als vorteilbringend erwiesen haben den Irrtum also diesen vorteilbringenden Irrtum natürlich auch aufgesogen haben und deswegen jetzt auch wenn sie dann im Labor sitzen immer denken ach ja dieses Virus ist ja wahrscheinlich auch wieder ein Killer und der wird ja gleich wieder Milliarden Menschen töten und so weiter wenn wir nicht sofort einen Lockdown machen und so und das lieber Dr. Markus Krall verart antwortet ihr freier Markt denn nur unter Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung können Fehlanreize so drastisch darauf hinwirken dass es zu einer Massenausbreitung von vorteilbringenden Irrtümern in der gesamten Weltbevölkerung kommt die uns alle durchmanipulieren und uns zu einem völlig wahrscheinlich völlig unnötigen Lockdown veranlassen ja das war es mal wieder tagesbild noch kurz mit unserer heutigen wissenschaftlichen tagesschau tschüssi bis bald ä 慈 earthly Dörrt.